also freunde willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar geht es um drei produkte von zeckplus die ich euch auf jeden fall empfehlen kann beziehungsweise helft plus ein produkt ist davon um die ganzen schichtarbeiter da draußen und zwar fällt es natürlich eben schwer durch dass man gar keinen geregelten rücken in seinem alltag hat dafür habe ich hier drei produkte wie gesagt ich nehme die selber ich werde nicht von zeckplus gesponsert oder so ich kann die euch wirklich empfehlen würde mal sagen wir fangen mit dem ersten produkt an das produkt hat ich sag mal speziell für die ganzen geben natürlich vor ihrer session sich da so ein booster reinziehen wenn uns interessiert wie viel koffein in einem ist ihr nehmt einfach zwei gehäufte löffel angegeben sind hier koffein die sammengen mit 400 milligramm wenn ihr zwei gehäufte nimmt hat ungefähr 450 milligramm 400 milligramm ist für euren körper nicht schädlich aber ich kann euch eins versichern wenn es euch schwerfällt aufzustehen dieser booster hier hält schaut hilft abschaffen denn vor allem wenn ihr morgens auf den leeren magen trinkt dann kommen wir auch schon zum zweiten produkt auch von zeckplus der geschmack heißt fried punch ohne spaß das schmeckt wie auch ordensaft also ist auf jeden fall sehr gut löslich und schmeckt auch noch gut und dazu nehme ich von health plus noch melatonin ich kenne mich jetzt nicht ultimativ perfekt damit aus ich auch damit gar nicht so auseinandergesetzt aber was soll dieser stoff sein der freigesetzte uv strahl wenn ihr tagsüber draußen seid wird es ausgeschüttet und ihr werdet müde wie gesagt diesen zwei in kombination kann euch sehr gut einschlafen und auch sehr gut schlägt die drei produkte kann ich euch empfehlen verlinkt wünsche ich allen schichtarbeitern darauf groß schaffen in diesem sinne ich hoffe das video hat euch gefallen lassen leichter und ja folgt auf instagram peace bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal